Sprich mit Abstrakt. Ihr müsst mit einem NPC reden, das ist eines der neuen täglichen und kurzen Herausforderungen, also die grauen oder grünen. Es kann bei jedem Spieler anders sein, aber ich zeige euch einfach, wo dieser NPC ist und wie der aussieht. Das ist der Abstrakt, ein legendärer Straßenkünstler und den Kollegen findet ihr hier oben über dem Nomsladen von Retail Row an genau dieser Stelle von der Minimap. Mega easy, ihr geht zu ihm hin und dort gibt es den Knopf, mit ihm dann quasi zu interagieren oder mit ihm zu reden und dann ist der Auftrag schon vorbei. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis zum nächsten Mal und haut rein, Freunde.